welche morgenroutinen tagesroutinen man hat welche schon automatisch hier drin verankert sind und automatisch ablaufen und aber auch welche macht dahinter steht welche tagesroutinen zum beispiel morgenroutinen abendroutinen sonstige routinen man jeden tag abspielt aber auch verändern kann und du darfst dich die frage stellen welche eine routine die du in deinem leben etabliert hast darfst du entweder ablegen oder hinzufügen und unterschätze nicht die wirkung und den unterschied die diese eine routine die dir nicht gut tut wegzulassen oder eine neue die dir dienlich ist zu integrieren